Die Europäische Union hat am Freitag die mutmaßliche Lieferung von ballistischen Raketen aus dem Iran an Russland scharf verurteilt und angekündigt, neue Sanktionen gegen den Iran zu verhängen. In einer gemeinsamen Erklärung betonten die 27 EU-Mitgliedstaaten, dass diese Lieferung eine direkte Bedrohung für die europäische Sicherheit darstelle und eine Eskalation des Konflikts bedeute. Insbesondere, da der Iran Russland bereits in der Vergangenheit mit Munition und Drohnen unterstützt habe. Josep Borrell, der Außen- und Sicherheitsbeauftragte der EU, kündigte an, dass die EU schnell auf die mutmaßliche Lieferung reagieren und neue Sanktionen gegen die Raketen- und Drohnenprogramme des Iran verhängen werde. Der Iran hat die Vorwürfe, er beliefere Russland mit ballistischen Raketen, zurückgewiesen und auch bestritten, dass er Russland mit Kampfdrohnen beliefert. Der Iran ist politisch stark isoliert, unter anderem wegen seines Atomprogramms und der Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land. In den letzten Jahren hat die iranische Führung jedoch ihre Beziehungen zu Russland und China erheblich gestärkt. Zu Beginn der Woche haben das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland die Luftverkehrsabkommen mit Teheran gekündigt und Sanktionen gegen die iranische Fluggesellschaft Iran Air verhängt. Diese Maßnahmen folgten der Bestätigung, dass der Iran ballistische Raketen an Russland geliefert hatte. Zusätzlich zu den europäischen Sanktionen haben auch die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen zehn Personen und sechs Unternehmen verhängt, die in Iran und Russland ansässig sind. Darunter ihr Iran Air, wegen des mutmaßlichen Transfers von ballistischen Raketen an Russland. Diese Sanktionen sind Teil der fortgesetzten Bemühungen des Westens, den Iran für seine Unterstützung des russischen Kriegs gegen die Ukraine zur Rechenschaft zu ziehen.